Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du hier draufgeklickt hast. Ich bin in der Therme Erding. Nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal gibt es neue Chalets und die wollte ich mir einfach mal angucken für euch. Also dranbleiben. Schon sehr, sehr luxuriös muss die Therme Erding hier wirklich ein Riesenkompliment machen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Ich dachte eigentlich, der Days Bar, den verlinke ich euch oben mal im i, ist schon das Nonplusultra, aber ganz ehrlich, mit diesen Chalets da könnt ihr richtig gut punkten. Hochzeitstag, Jubiläum, First Dates. Ihr wisst, was ich meine. Solche Tage, wo ihr richtig angeben wollt, ist das Chalet, denke ich mal, der Hammer. Privatfälle und abschließbar, was ich ganz, ganz wichtig finde, so Wertsachen sind dann hier schon mal ganz gut aufgeräumt. Was ich nicht ganz so toll fand, ist jetzt, dass die Terrasse direkt am See ist. Das heißt, es ist schon auch public. Die Leute können hier reingucken, auch wenn es eine private Terrasse ist. Sie ist offen. Das sollte man vielleicht wissen. Ansonsten finde ich es hier sehr, sehr schön. Es ist sehr abgelegen. Das heißt, zum nächsten Schwimmbad, Becken oder bis zur Halle ist schon ein bisschen, so eine Minute zu Fuß vielleicht. Aber, das ist genau das, was ich gut finde, weil du bist hier wirklich weg vom Schuss. Du kannst ganz, ganz entspannen. Du kannst hier richtig, du hast jetzt Wasser rauschen draußen. Es ist richtig angenehm. Also, du hast das Gefühl, du bist im Kurzurlaub. Und dafür, denke ich mal, sind die Chalets auch gemacht. Jetzt würde ich sagen, ab ins Hotel. Nämlich in der Thermier Erling gibt es noch ein Hotel. Und da sage ich euch allererstes mal eine kleine Ruhe. Ein Aufenthalt in der Thermier Erling geht zum nächsten Mal. Und die neuen Chalets sind der Hammer. Was auch ganz, ganz toll ist, ist die neue Seesauna. Richtig schön groß und mit Aromatherapie und Klang. Klangelementen mit zu Meditationen. Richtig, richtig toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und es ist einfach richtig schön, so direkt am See zu schwitzen. Das Zimmer hier ist für mich neu. Da war ich beim letzten Mal noch nicht. Deswegen bin ich richtig happy, weil es ist richtig mein Style. Sehr, sehr cool und modern. Wenn ihr das andere Zimmer sehen wollt, einfach oben im i nachschauen. Da habe ich es euch verlinkt. Ihr wollt den Sauna-Rundgang sehen? Ich habe alle Saunen für euch schon mal gefilmt. Auch oben im i verlinkt. Also reinklicken, ganz wichtig. Da habt ihr den kompletten Überblick über die Thermier Erling. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Du wirst Support, das ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.